Willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute senden wir Ihnen alle 24 Stunden die neuesten Nachrichten. Unglaublich, Florian Silbereisen und Beatrice Edlis sind zurück in der Schweiz. Abonnieren Sie den Kanal, um über die neuesten Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben. Bitte kommentieren Sie, damit wir die Qualität der Videoinhalte verbessern können. Ich weiß nicht, ob das für Deutschlands Fickleute eine gute oder eine schlechte Nachricht ist, wegen der unangekündigten Abreise. Bild von Florian Silbereisen und Beatrice Edlis beim gemeinsamen Kaffeetrinken im Schweizer Don. Florian Silbereisen fühlt sich sehr müde von ihrem aktuellen schmerzlichen Leben. Florian Silbereisen will ein normales Leben wie alle anderen. Mögen Beatrice Edlis und Florian Silbereisen in die Schweiz zurückkehren, um im Dezember ihr erstes Kind zur Welt zu bringen? Laut vielen Leuten ist die Popsängerin Beatrice Edlis derzeit im achten Monat schwanger. Vielleicht ist dies der beste Zeitpunkt für Beatrice Edlis, um zu ihrer Talie zurückzukehren. Es gibt auch viele Gerüchte, die darauf hindeuten, dass Beatrice Edlis und Florian Silbereisen Deutschland verlassen haben, um den Wirbel und seine Affäre mit Helene Fischer zu vermeiden. Ohne ihren Druck und ihre Hilflosigkeit war es vielleicht eine Erleichterung, sich von Helene Fischer zu verabschieden. Das sind die Informationen, die die Familie von Florian Silbereisen dazu bringen, Deutschland zu verlassen. Lass uns gemeinsam zu Florian Silbereisen gehen, um mehr zu erfahren. Als ich in die Schweiz kam, traf ich mein Idol Florian Silbereisen Co. wurde gefragt, warum er das falsche Land verlassen hat. Hör zu! Florian Silbereisen hat mit Beatrice Edlis aus zwei Gründen Deutschland in die Schweiz verlassen. Grund Nummer 1 ist, dass Beatrice Edlis beschlossen hat, in der Schweiz zu gewähren. Zwei Nummern sind beide wollen reisen, um die Atmosphäre zu verändern, sich nach vielen harten Arbeitstagen entspannen möchten. Beatrice Edlis will in der Schweiz Spezialitäten essen. Beatrice Edlis ist gerne morgens, trinkt gerne Kaffee, geht gerne am Wochenende einkaufen. Das sind auch die Freuden von Beatrice Edlis. Alle haben eine magische Schönheit der Schweiz geschaffen, die beide in kürzester Zeit kommen wollen. Beatrice Edlis lädt ich in meine Heimat Schweiz ein. Vielleicht sind sie beide in der Nacht Schweiz geworden, das sind viele Theorien, warum Florian Silbereisen und Beatrice Edlis ist wieder weg, auf Wiedersehen sagen. Wie das, was Beatrice Edlis viele Bilder aus ihrem früheren Land Schweiz geteilt hat. Bitte hinterlassen Sie unten einen Kommentar, damit wir den Inhalt verbessern können. Ich wünsche Ihnen Momente der Entspannung und des Spaßes. Wir sehen uns morgen in den neuesten Nachrichten.